Woche 16, Tag 2. Man sieht, bin ich auf dem Rad. Ne, sieht man nicht, aber wenn es so aussieht, bin ich auf dem Rad. Ich schwitze heute gut. Es war eine Einheit, um den Schwellenwert beim Rad hochzubringen. Ich hoffe, das hat gut geklappt. Beim Rad habe ich weiterhin das Problem, dass mein Puls nicht so hoch geht, wie der vom Trainingsplan her vorgesehen ist. Das habe ich muskulär einfach irgendwie nicht. Oder der Sauerstoff hier im Raum ist immer verbaut. Wobei, dann müsste der Puls natürlich auch hochgehen, aber naja, keine Ahnung. So, jetzt bin ich ausfahren. Habe ich ihn gleich geschafft. Ja, und dann freue ich mich jetzt auf eine Dusche. Bis morgen. Ciao, ciao.